Was bringt die Zukunft für Sänger Pietro Lombardi? Nach seinem Aus bei der RTL-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar ist inzwischen klar, der 32-jährige Ex-Juror wird sein Leben neu ausrichten. Davon zeugt nun auch ein weiterer entscheidender Rückzugpunkt, denn wie der DSDS-Gewinner von 2011 auf Instagram bekannt gab, wird die im kommenden Jahr geplante Tournee durch Arenen in Deutschland die vorerst letzte sein. Ihr habt gefragt, ob die Tour im Februar stattfindet und ja, sie findet statt. Aber es wird die letzte Pietro Lombardi-Tour sein, für die nächsten Jahre, so der Senorita-Interpret in Richtung seiner Fans. Allerdings soll diese Ankündigung nicht als kompletter Rückzug vom Showbusiness verstanden werden, bekräftigte der 32-Jährige. Punkt vielmehr wolle er in absehbarer Zeit einfach nicht mehr so viele Gigs hintereinander spielen. Einzelkonzerte und Musik werde er aber selbstverständlich weitermachen. Punkt als Begründung für die anstehende Auszeit vom stressigen Tourneeleben hatte er gesagt, mir ist in den letzten Wochen einiges klar geworden. Punkt und das ist einfach, dass es nicht wichtig ist, was andere Menschen denken, sondern was die Menschen denken, die wissen, wer du bist. Punkt eine Anspielung möglicherweise auf den zurückliegenden Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rüpper, durch die das Paar nach einer Versöhnung aber offenbar wieder mehr zusammengerückt ist. Die wahrscheinliche Botschaft, Pietro will ab sofort wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen. Pietro fährt Beruf für die Familie zurück, ich freue mich auf alles was kommt. Punkt dazu passt, dass Laura schon vor wenigen Wochen öffentlich den Wunsch geäußert hat, dass sie es gut finden würde, wenn der Vater ihrer Kinder häufiger zu Hause wäre. Wenn man alleine ist, ist es ein bisschen viel, aber er unterstützt mich jetzt, wo es nur geht. Das hat mir gefehlt, ich liebe ihn sehr, so die Influencerin Punkt und so wie es aussieht, wird Pietro spätestens nach dem letzten Tournee-Auftritt in München am 13. Februar 2025 genug Zeit haben, diesen Bedürfnissen auch dauerhaft gerecht zu werden, um für seine Söhne Amelio, Leano und den neunjährigen Sohn aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels Alessio da zu sein.